Zurück zu Paper Mario und die Legende vom E.O.N.E. In der letzten Folge sind wir im Düsterdorf angekommen. Letztes Mal sind wir hier im Düsterdorf angekommen und haben mit Mario eine neue Fähigkeit bekommen. Und jetzt müssen wir zur Spukabtei und die... Was hat das drauf? Ich hätte die Leute quasi gefeinigt. Ich dachte, ich könnte so draus sprechen. Okay, wir haben eine Dusseldusel. Ich bin vielleicht dann sogar von dem Namen her. Äh, alles täuschen? Ah, ich hab noch nicht den Schnelltäusch können. Ja, okay. Ach, Mist. Leider engeschlagen. Oh, meinst. Oh, ha, 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 Mist. Oh, ha, Mist. Äh, mich sind in einen. Hochschul. Let's out. Not die Leicht, gerade auf die Pläne sind Good. Gerade hab ich hierhin schon wieder geflogen. Na gut. Die Leicht ist mein Timing' mit Glut. Let's out. Geht auf. Was will ich denn mit meinem Wunsen? Ja, das ist der düster Weg, ja, bla 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 bla, brauchen wir alles gerade nicht. Malerpilz, könnte man, ja. Bei, habe ich denn einen Ort drin? So, das war auf 1, okay. Hier war, achso, ja, eher daneben. Na gut, wir lassen es mal so. Was ist denn eigentlich hier der Schnelltausch? Vergessen. Hä? Ging gar nicht? Habe ich den echten? Voll. Doch hier, Schnellwechsel, soll man sagen. Wir lassen das jetzt mal sein. So, jetzt können wir endlich weiter. Ah, da. Wir haben einen Sternsplitter. Ja, man kennt ja die Geschichte der drei kleinen Schweinchen, ne? Wir müssen rin und pusten, bis uns die Luft weggelebt. Aber sonst hat er nichts, ja. Gut. Wahá. Wahá. We'll Izzy. We DanishLEMand. We How? Ja! Ja! Das ist ein süßes Dussel. Diese Biester sehen zwar süß aus, aber sehr lastig. Maximal Kp 7, Andersgraf 2 verteidigen Wohle. Wenn das für mich nicht vor jedem Wieden geht, das wird sehr einschläfernd. Wenn die Verteidigung schläfst du nicht ein, bevor ich die Kp ausgehend erlebe. Ja, so schnell. Ja, toll. Wenn ich aber gar keinen Angriff mache, hauen Sie aber auch ab. Eigentlich müssten wir mit Mario noch seine Kp auf 1 gehen. Das ist der Walk, oder? Alles ist so gut. So, pass auf, dass du die Kp hast. Punktetausch. Ja, Arena. Aber das ist natürlich auch gut, wenn ich dann... Oh ja, oh ja. Das müssen wir noch mal gucken. Hatscht denn? Ja. Normalen Kampfrausch habe ich ja. Genau. Kampfwut habe ich ja. Verteidigung sieht immer mal mit. Ah Mist, ich habe gar nicht... Ich habe gar nicht den Kampfrausch für Mario, sondern nur für meine... Oh, das wird dann... Hm, das wird dann... Nicht gut. Ne Kampfwut, ne, ne. Oh Mann. Ein Wutbeben. Ein Wutbeben. Ein Wutbeben. Jetzt erst mal wurscht. Mit. Du. Wut. Wacht. Wut. Ja. Wut. 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 Excelente. Okay. 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 Hier haben wir was. Ich gehe dir nicht weiter. Oder doch? Schieben wir den Shuttle und kommen wir auch weiter. Das ist ja schön. Ja, aber vorhin dann die Blütenpuppe. Ach so. So hatte ich die Blütenpuppe, die brauche ich aber gerade mal nicht. Oh, da ist die Spukabtei. Das muss diese Spukabtei sein, wo dieser Geist wohnt. Irgendwie unheimlich hier. Wir sollten schnellstens das Sterngewirr holen. Machen wir auch, Freunde. Machen wir auch. Aber erst mal speichern und ich würde noch mal gerne zurückgehen wollen. Denn ich möchte hier versuchen, noch einen besonderen Gegner im Wald zu bekommen. Dazu müssen wir leider hier noch mal ans Anfangsbrück und den besonderen Gegner finden. Denn das sollte jetzt nicht das Problem sein. Denn das geht relativ fix. Ja, ich probiere mir den falschen Kopf. Äh... Ach so. Geht gar nicht jetzt. Das geht nur wieder im Kampf. Wuhu. Wuhu. Haben wir sie hier? Da ist sie sogar schon. Sehr schön. Das ist eine Susel-Dusel. Sie sind zu selten, dass man sie auch legendäre Susel-Dusels nennt. Maximal-P-P-20. Ein Just-P-20. Verteidigung 1. Diese Wesen versuchen bei der ersten Gelegenheit die Flucht zu ergreifen. Es wäre gut, eine zu besiegen. Aber Vorsicht, sie können auch kräftig zurückblasen. Ja, das wäre es. Das Problem ist... Eigentlich müsste ich da den Power-Douts machen. Wir haben ja gar nicht so viel PP, ne? Ja, da, 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 da. Eingeklappen. Und... Ich kriege sie. Und sie ist auch weg. Das ist auch so eine fiese Nummer. So, dadurch, dass wir aber mitkommen... Na... Oh Mann. Ah stimmt, weil ich meinen Gutbeben eingesetzt hatte. Äh... Genau, gescannt haben könnte es für mich ein bisschen einfacher werden. Uh, Schweiger. Oh, da ist ja wieder eine. Oh, da ist ja wieder eine. So, Mario hat generell die höheren Punkte. So, jetzt wenn ich mal... Das Problem ist... Brina muss das machen. Weil sie 5 mehr Angriffspunkte kriegt. Dann versuchen wir mal den B-Punktetausch. Nein! Ach, verdammt. Da hat man schon mal die Chance auf so eine Gegend. Aber wie ihr seht... Ja, man kann halt ordentlich äh... Punkte Klus machen. Oh! 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 Ist nicht dabei. Bauen wir also wieder ab. Äh... Flug. Oh, äh... Wie war denn die Flug? Also Technik. Ja, Taktik. Gut. Ja, Taktik. Gut. Im Übrigen, wenn man hier die ganze Zeit hin und her wechselt, ist die Chance viel viel größer hat, dass man die Susel-Dusel hier... Super-Susel-Dusel... Ähm... Bekommt. Sehr hoch. Man wechselt einfach immer zwischen die Screens hier und her. Ein paar Mal. Also geht immer von rechts nach links, links nach rechts. So lange bis die Gegner halt wieder auftauchen. Das Problem ist halt, wenn man dann einmal gesiegt hat oder die Gegner komplett geflohen sind, seht ihr ja, tauchen sie halt nicht nochmal Support auf. Ja, ganz ehrlich, ich könnte jetzt, äh... Oh, harter Schlag. So, kann man halt auch gut dann nochmal Level-Ups besorgen hier in der Gegend. Ach, das gibt sogar... Ich weiß gerade gar nicht mal, wie viel Blut das gibt. Ach, das war jetzt auch eine dumme Aktion. Siegen. Jetzt müssen wir nämlich nochmal eins, zweimal hier hin und her. Ich glaube, da macht sich ein Innereller-Reset. Hier ist er gut. Hier nochmal zu gehen. Dann müsste der Gegner wieder da sein. Sonst machen wir halt gleich mit der Spielkartei weiter. Ich wollte halt echt unbedingt mal testen, wie wir hier... der Susel-Dusel schon ganz zu Beginn, äh... glatt machen könnten. Denn... ... Ansonsten gibt's die halt nur in einer bestimmten Höhe, wo man sie noch antreffen könnte. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Prima zuerst. Ah, falsch gemacht. Ah, leider sind wir eng geworden. Das wär jetzt richtig cool gewesen. Ich würd gern die Punkte mal mitnehmen. Ja, aber ganz ehrlich, wir bringen halt keine vier Punkte etwas. Der Wegflucht. Ich würd halt noch zweimal versuchen. Also nach links, rechts. Gegner. Wischen. Wenn's nicht klappt, machen wir bei der Spukabteil weiter. Ja, nochmal versuchen. Regern, dass da... auch hier im vorderen Bereich gleich ein Gegner kommt. Ich weiß halt nämlich nicht, dass... ein bestimmter Zeitfaktor ist, dass die hier dann wieder auftauchen. Oder ob das dann... generell wirklich... wo man mit Schritten zusammenhängt. Ich hab ja keine Ahnung. Oder in Damen halt, wie gesagt. Oh. Äh, ganz ehrlich, nee. Eine Menge. Ja. War eine Menge. So, das hat nicht geklappt. Tja. Nö, 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 nö. Tja. Nö, 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 nö. So, hier nochmal. Tja. Es sind aber wieder die gleichen. Vier Stück. Weiß ich halt, da brauch ich nicht nochmal. Man muss nämlich immer den Bildschirm wechseln. So, damit dann hier auch wirklich angeregender Variante klar sind. Oh, nein, 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 nein. Huhuhuhu. Schweigen gehabt. Hätte ich jetzt nicht brauchen können. Der zurück. Doch, wieder Vierer. Aber mit nem Pilz noch dabei. Komm schon, ich will einmal versuchen, die wirklich mal platt zu machen. Was? Woop. Als? Woop. 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 Joon. Wb. Woop. Woop. ich sehe ja gerade eigentlich sind wir schon am ende einer folge mal wieder ich komme also wenn ich jetzt zu den folgen wieder eine hier Nicht jetzt, das braucht dich nicht. Ich gehe mal hier durch. Oh, das bringt es, glaube ich, nicht. Nee, das will ich nur noch mal in einem Wald. Na, sehr witzig. Na, schade. Na gut. Dann lassen wir es jetzt so sein. Wir gehen zum Spuk-Optail weiter. Das ist viel, viel wichtiger hier mit der Story. Ich will es auch fast mal den Punkten so belassen. Es gibt noch einen Gegner in der Spielabtei, der ein bisschen mehr Punkte aufweist. Und ich habe den Rechtscanner des Problems mit Gumprina. Na, mal schauen. So mitnehmen würde ich die Punkte gerne, ja. Natürlich. Schon wieder? Echt jetzt? Oh oh. Ah, sehr schön. Hot up. Warte mal, dadurch, dass die abhaut. Die Gegner auch generell weg hier. Das ist wieder doof. Nee, ist noch da. Oh, Schweingart. Weil ich geflohen bin. Okay. Sinn. Echt, ey. Das Problem ist, hier hat halt nicht so einen Multi-Sprung. Schade. Kein Multi-Sprung wie Mario. So, letzter Versuch. Dann geht es weiter zur Spur-Optail. Hoffen wir, das Beste, dass er da ist. Nee, natürlich nicht. Na gut. So, lassen wir dann sein. Ja. Okay. So, lassen wir dann sein. Und Gumprina ist furcht und der Lebenspilz. Schade. Hätte ja klappen können. Schade, schade Schokolade. Nehmen wir deine Punkte mit. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. 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 Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Der könnte sogar hier drüben gewesen sein. Gew Muh gehe. Ne, mans sieht dann auch gar nicht... Oh, extract, wo genau der ist. Glaub ich relativ valtvoll die wonder gewesen sein sogar. Ha, da ist halt nur ein Block mit ein eastern Winze versteckt. So, dann gehen wir jetzt erst mal noch in den Keller der Spukabtei. Was besser gesagt, in den Außenbereich von der Spukabtei und nehmen nochmal 2 Giga mit. Ich würde gerne scannen würden. Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Eure Attacken sind gegen diese dicke Pfingste wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf. Gibt sie unten, Marien. Zeig ihnen die Wirkung deiner Sprungattacke. Nur meine, deine auch eigentlich. Wir brauchen mehr Ordnung-Punkte. Ordnung-Punkte. Beide haben halt ein Level-Up. Also, was heißt Level-Up, aber jetzt wieder volle Punkte. Abgelegen. Aber ich bin eigentlich nur hier zum Scannen, von daher ist das ja kein Problem. Genau, ich boine. Hier komme ich halt nur mit dem V-Heap klar. Das ist ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihrem Rücken. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuerattacken haben absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, fällt ihre Verteidigung auf Null und du kannst angreifen. Aber wegen der Stacheln sind Sprungattacken nicht ganz einfach. Job. Bring, wie gesagt, den Verteidigungssieb. Hau. Oh, schade. Aua. Wie erlacht mich aus. So ein Orsch. Ich überlege gerade, gab es nicht noch einen Fliegenden hier im Ring? Ja, die Orkanensprung. Den brauchen wir natürlich nicht unbedingt. Ja, die Orkanensprung. Den brauchen wir natürlich nicht unbedingt. Ja. 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 Ja, wie gesagt, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Hast du einen Daumen hoch, da schreiben wir uns in den Kommentaren. Feed mich gerne weiter und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir in der Spielpartei weitermachen. Ich sag, warum ist dahin?